kürzlich meine freundin jaylove rastet aus im live stream bei chanel wo sie irgendwie miteinander reden und wo er einfach sagt irgendwie du bist bekloppt und so und dann rast jaylove komplett aus verdammt noch mal chanel du musst auffassen mit wem du da im live bist man der typ klicken der auf sein leben nicht mehr klar er beleidigt deine familie und alles und bleibst ganz ruhig also andere leute werden da sofort hingezogen hätten ihm eine bombe gegeben verdammt noch mal du bist doch der krasse kämpfer bei 187 immer ja faker wenn ich die sehe kriege ich die alle aber das ist ein ladyroof nicht digga ok der typ hat vielleicht zig hosen digga wieder ausrasten die ganze zeit und nicht mehr klarkommt dann hätte man natürlich auch keinen bock gegen ihn zu kämpfen aber du stellst dich als kämpfer da also versuchst du dein bestes und nimmst mal auf machen wollen wir mal sehen ob die große fresse gegen 187 auch gerecht war dann zeigt mal den kampf gegen jaylove ich will es sehen verdammt noch mal dass du mal hinter einer dicken fressen muss man auch stehen meine freunde ok meine freunde ist fast wieder von 0 boss abonnieren gleich nicht vergessen meine freunde bis zum nächsten mal meine freunde